Zieh ihn nach unten und dann nach rechts. Drückst du zu stark, geht er kaputt. Er geht nicht raus, Bob. Schieb den Schalter nach vorn. Wegen einer Glühbirne kann ein modernes Verkehrsflugzeug nicht landen. Und das alles wegen eines Teils, das 20 Cent wert ist in so einem Flugzeug. Im Kampf mit dem kleinen Problem taucht plötzlich ein großes auf. Wir sind immer noch auf 2000 Fuß. Hey, was ist hier los? Das Flugzeug stürzt in einen abgelegenen Sumpf. Die Überlebenden des Absturzes stehen einer neuen Gefahr gegenüber. Der Sumpf füllt sich mit Treibstoff. Keiner zündet ein Streichholz an. Eastern 401 war ein bedeutender Unfall in der Luftfahrtgeschichte. Der Absturz sollte die Ermittler auf eine Gefahr in allen Cockpits von Verkehrsflugzeugen aufmerksam machen. 29. Dezember 1972. Der Beginn der Jumbo-Jet-Ära. Die L-1011 TriStar ist zu diesem Zeitpunkt das modernste Passagierflugzeug der Welt. Sie ist gerade auf dem Weg nach Florida. Die Lucky TriStar war eine faszinierende Maschine. Ein wunderschönes Flugzeug. Sehr leistungsstark und innovativ. Die Passagierkabine des Eastern Airlines Jets ist geräumig und ruhig. Der Service erstklassig. Bob Loft ist der Kapitän von Eastern Airlines Flug 401. Er arbeitet seit mehr als 30 Jahren für die Fluglinie. Sein erster Offizier ist Albert Stockstill. Donald Repo ist der verantwortliche Flugingenieur. Der Jet hat das bitterkalte New York hinter sich gelassen und fliegt nun Miami an. Willkommen in Miami. Die Temperatur beträgt etwa 20 Grad und wir haben eine wunderschöne Nacht da draußen. Los geht's. Angelo Donandeo ist Wartungsexperte bei Eastern Airlines. Er ist gerade nicht im Dienst und will zurück nach Miami fliegen. An Bord des Flugzeugs befinden sich 176 Menschen. Silvester steht bevor. Deshalb hat es viele der Passagiere Richtung Süden gezogen. Ron und Lillian Fantino sind erst seit 20 Tagen verheiratet. Sie haben Weihnachten gerade bei seiner Familie verbracht. Wie sonst auch kam das Anschnallzeichen. Wir waren im Landeanflug. Ich konnte schon die Lichter und den Flughafen sehen. Kurz vor Mitternacht fliegt die Maschine den Miami International Airport an. Stockstill steuert den Jet, während Repo die Landecheckliste durchgeht. Radar. An, aus. Hydraulikanzeige prüfen. 35, 33. Fahrwerk. Der Kapitän bemerkt ein Problem. Bord, ist der Schalter aktiviert? Kein Bugfahrwerk. Die Anzeige für das Bugfahrwerk leuchtet nicht auf. Ich fahre es wieder ein. Das Fahrwerk war vielleicht nicht ganz ausgefahren. Loft versucht es erneut. Das Geräusch des ausfahrenden Fahrwerks heilt durch das Flugzeug. Es macht ein ziemlich lautes, knirschendes Geräusch. Und nach einigen Flügen kennt man es. Die Piloten haben es mehrere Male ausgefahren. Doch wir waren nicht besorgt. So etwas kommt vor. Wir haben nur gesagt, toll, jetzt kommen wir später heim. Die Anzeige bleibt dunkel. Loft weiß nicht genau, ob sein Bugfahrwerk korrekt ausgefahren ist oder nicht. Wenn nicht, könnte das bei der Landung verheerend sein. Tower, hier ist Eastern 401. Wir müssen wohl kreisen. Das Licht für unser Bugfahrwerk leuchtet noch nicht aus. Eastern 401, Heavy, Roger. Ziehen Sie hoch auf 2000 Fuß und melden Sie sich bei der Anflugkontrolle auf 1-28-6. Soll ich die Lichter überprüfen? Ja, überprüfe sie. Flugingenieur Repo führt einen Test mit dem Spitznamen Christbaum durch, bei dem jedes Warnlicht im Cockpit einmal aufleuchtet. Damit will er kontrollieren, ob alle Glühbirnen funktionieren. Doch das Licht für das Bugfahrwerk leuchtet nicht auf. Wahrscheinlich ist die Birne durchgebrannt. Doch es könnte auch etwas anderes bedeuten. Sowohl die Glühbirne als auch das Fahrwerk könnten defekt sein. Überhaupt könntest du an dem Licht wackeln? Aber der Kapitän kann die fehlerhafte Birne nicht erreichen. Am Boden gibt die Flugsicherungszentrale Flug 401 die Anweisung, auf 2000 Fuß zu steigen und in einiger Entfernung vom Flughafen zu kreisen, bis das Problem gelöst ist. Soll ich fliegen, Bob? Auf welche Frequenz sollten wir gehen, Bert? 1-28-6. Ich rede mit ihm. Es ist genau über diesem Roten? Ja, ich komme von hier nicht ran. Ja, ich kriege es auch nicht raus. Es ist eine stockfinstere Nacht. Und es wird noch dunkler, als das Flugzeug von Miami abdreht. Plötzlich wurde es wieder stockdunkel. Und da war klar, dass wir wieder westwärts, Richtung Everglades fliegen. Co-Pilot Stockstill steuert den Jet. Aber Captain Loft braucht seine Hilfe, um das Problem zu lösen. Schalte den Autopiloten ein. Okay. Die TriStar verfügt über den technisch ausgereiftesten Autopiloten ihrer Zeit. Er kann das Flugzeug sogar selbst landen. Stockstill programmiert die Flughöhe auf 2000 Fuß. Versuch jetzt, die Birne herauszukriegen. Endlich haben sie es geschafft. Richard Pragluski ist ein Flugingenieur. Er fliegt diese Strecke regelmäßig. Ihm ist bewusst, dass das Flugzeug technische Probleme haben muss. Wir flogen Richtung Everglades. Ich wusste, dass mit dem Flugzeug etwas nicht stimmt. Ansonsten wären wir nur Kreise geflogen. Die Probleme im Cockpit setzen sich fort. Jetzt bekommt Stockstill die Leuchte nicht wieder hinein. Jetzt drückt den Schalter einfach nach vorne. Ah, okay. Du hast ihn seitlich. Eastern 401 halten Sie Kurs nach links Richtung 300. Okay, 300 Eastern 401. Hey, geh nach unten und schau nach, ob dieses verdammte Bugfahrwerk ausgefahren ist. Der Elektronikraum des Flugzeugs befindet sich unter dem Cockpit. Dieser Raum mit dem Spitznamen Höllenloch ist für Großraumjets typisch. Von dort aus kann man das Bugfahrwerk sehen. Hast du ein Taschentuch oder so etwas, dass ich es besser halten kann? Jetzt nach unten ziehen und nach rechts drehen. Und jetzt einmal nach links drehen. Geh nach unten und sieh nach, ob das verdammte Ding... Es geht einfach nicht, Bob. Wenn ich eine Zange hätte, könnte ich es mit einem Tempo reinschieben. Ich kann dir eine Zange geben, aber drückst du zu stark, geht es kaputt. Glaub mir einfach. Geh zur Hölle damit, verdammt nochmal. Geh nach unten und sieh nach, ob es auf die rote Linie ausgerichtet ist. Das alles wegen eines Teils, das 20 Cent wert ist. In so einem Flugzeug. Die Crew ist mit der Problemlösung beschäftigt. Währenddessen sieht Richard Proglowski aus dem Fenster. Dabei fällt ihm etwas auf. Zu meiner Rechten konnte ich in der Ferne einen Turm sehen. Und es sah so aus, als ob wir auf einem Gleitpfad waren, was mir sehr komisch vorkam. Proglowski hat etwas bemerkt, das die Piloten noch nicht gesehen haben. Das Flugzeug nähert sich den Sümpfen. Eastern Airlines Flug 401 kreist über den Everglades in Florida. Unter ihm liegt eine pechschwarze, unbewohnte Sumpflandschaft. Passagier Proglowski hat das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Mir kam es komisch vor, dass sie keine Durchsage gemacht hatten. Aber wir waren immer noch ziemlich hoch in der Luft. Und ich dachte, dass sie uns schon sagen würden, wann wir landen. Ich war also nicht allzu besorgt. Ist es falsch herum drin? Es ist wie verhext. Kommst du nicht irgendwie von der Seite ran? Ich weiß nicht, warum dieses Ding so verdammt fest ist. Irgendwas klemmt immer. Wir hätten es melden können. Ohne das grüne Licht wissen sie immer noch nicht, ob das Fahrwerk korrekt ausgefahren ist. Flugingenieur Don Repo ist inzwischen in den Bauch des Flugzeugs geklettert. Im Höllenloch gibt es ein Sichtfenster, durch das er eigentlich sehen müsste, ob das Bugfahrwerk ausgefahren ist. Ich sehe es da unten nicht. Bitte? Ich sehe es nicht. Ist es nicht ausgefahren? Ich kann es nicht sehen. Es ist stockdunkel und das bisschen Licht von innen hilft gar nichts. Die Fahrwerksbeleuchtung? Bitte? Die Fahrwerksbeleuchtung. Captain Loft hat vergessen, die Außenbeleuchtung für das Fahrwerk anzuschalten. Schau jetzt nochmal. Am Flughafen von Miami ist Fluglotse Charlie Johnson gerade mit dem Problem eines anderen Jets fertig geworden. National 607 ist ohne Probleme gelandet. Löschfahrzeuge waren im Einsatz, mussten aber nicht eingreifen. Ihm fällt auf, dass Eastern Airlines Flug 401 offenbar von 2000 auf 900 Fuß gesunken ist. Aber das bereitet ihm keine Sorgen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass mehrere aufeinanderfolgende Radarbilder falsche Zahlen liefern. Eastern 401, ist bei Ihnen alles in Ordnung da draußen? Alles okay. Wir würden jetzt gerne umdrehen und neu anfliegen. Captain Loft glaubt, dass er bald die Bestätigung erhält, dass das Fahrwerk ausgefahren ist. Er will zum Flughafen zurückkehren. Eastern 401, nehmen Sie Kurs nach links Richtung 180. Der Jet muss erst Richtung Westen fliegen, weg vom Flughafen. Es wird einige Minuten dauern, bis das Flugzeug landen kann. Tief in den Everglades jagt Bob Marquis nach Fröschen. Flug 401 donnert über ihn hinweg. Ich habe nur die Lichter am Himmel gesehen. Es war so dunkel, dass man im Westen keinen Horizont erkannte. Aber ich sah, wie niedrig die Maschine flog. Plötzlich machen die Piloten eine beunruhigende Entdeckung. Haben wir etwas an der Höhe geändert? Bitte? Sind wir immer noch auf 2000 Fuß Höhe? Hey, was ist hier los? Ich sah die Lichter in der Kabine an und ausgehen. Dann hörte ich ein Geräusch. Auf einmal wurden wir sehr heftig herumgeschleudert und dann herrschte nur noch Chaos. Charlie Johnson bemerkt, dass sich Flug 401 null Meter über dem Meeresspiegel befinden soll. Eastern 401, ich habe Sie nicht mehr auf dem Radar. Wie ist jetzt Ihre Höhe? Aber er erhält keine Antwort von Eastern 401. Dafür macht ein anderes Flugzeug eine beunruhigende Meldung. Miami Flugkontrolle, hier ist National 611. Wir haben gerade einen Lichtblitz gesehen. Wir wissen nicht, was es ist, aber wir wollten es melden. In einem dunklen, abgelegenen Sumpf. Einige Insassen haben den Absturz überlebt. Sie finden sich in einem Albtraum wieder. Bob Marcus rast zur Absturzstelle. Wie durch ein Wunder hat Richard Proglowski überlebt. Ich wusste, dass ich schwer verletzt war, da meine Kleidung völlig zerfetzt war. Am Oberkörper hatte ich fast nichts an. Und ich konnte die tiefen Fleischwunden an meinen Armen sehen. Außerdem wusste ich, dass man im Schockzustand keine Schmerzen empfindet. Ich wusste also, dass ich schwer verletzt war. Ich sagte mir, du weißt, dass die Schmerzen später kommen werden. Aber ich muss ruhig bleiben und hier wegkommen. Denn der Sumpf war in meinem Zustand eine große Gefahr für mich. Während des Absturzes bahnte sich ein riesiger Feuerball seinen Weg durch die Kabine. Ich sah das Feuer genau auf mich zukommen. Ich erinnere mich an die Explosion und dass ich versucht habe zu atmen, es aber einfach nicht konnte. Das Feuer ist das letzte, woran ich mich erinnern kann, bevor ich im Sumpf wieder zu Bewusstsein kam. Auch Ron Infantino verlor beim Absturz das Bewusstsein. Im Sumpf kommt er wieder zu sich. Ich wurde ziemlich herumgeschleudert. Ich lag da völlig abgelegen und war ganz allein. Er ist schwer verletzt. Seine Ehefrau Lilly saß neben ihm. Aber jetzt ist sie nirgendwo zu sehen. Das Sumpfwasser hat das Feuer gelöscht, das im Flugzeug loderte. Doch jetzt sind 20.000 Kilogramm Treibstoff in den Sumpf gelaufen. Ein einziger Funke könnte ein Flammeninferno auslösen. Keiner zündet ein Streichholz an. Hier ist alles voller Treibstoff. Es wäre wirklich tragisch gewesen, wenn wir den Absturz überlebt hätten und dann jemand so dumm gewesen wäre und ein Streichholz angezündet hätte. Das war meine Befürchtung. Bob Marcus will den Überlebenden helfen. Deshalb springt er ins Wasser. Doch sofort spürt er das Brennen des Treibstoffs auf seiner Haut. Ich hatte Verbrennungen an den Beinen, die ich danach über eine Woche lang behandeln musste. Sofort entdeckt Marcus einen Überlebenden, der in großer Gefahr schwebt. Der schwer verletzte Mann ist noch an den Sitz gegurtet. Er ist kurz davor zu ertrinken. Sein Kopf tauchte immer wieder unter Wasser. Ich kam näher und er sagte, helfen Sie mir, ich kann nicht mehr. Und dann rutschte sein Kopf wieder ins Wasser. Also habe ich ihm geholfen. Kein Problem, ich habe sie. Ich habe sie. So rettet Bob Marcus mehreren Menschen das Leben. Ohne seine Hilfe wären sie ertrunken. Währenddessen muss Ron Infantino erneut um sein Leben fürchten. Er ist von den anderen Überlebenden isoliert und kann sich nicht bewegen, als ihm eine neue Gefahr auflauert. Nach einer Weile konnte ich hören, wie die Alligatoren und Schlangen näher kamen. Sie schnaubten und rasselten, als sie wieder in ihr Territorium zurückkehrten. Und ich war in diesem Moment für einen Alligator oder eine Schlange einfach nur totes Fleisch. Doch dann hörte ich ein Weihnachtslied. Silent night, holy night, all is calm. Trudy Smith hat angefangen, ein Weihnachtslied zu singen. Damit will sie die Hoffnung der Überlebenden aufrechterhalten. Wir wussten instinktiv, dass wir von da nicht so schnell wegkommen würden, weil niemand wusste, wo wir waren. Wir waren mitten im Sumpf. Es war Mitternacht. Was sollten wir also sonst tun? Man muss sich das Bild von uns in der Dunkelheit vorstellen. Man hört nur den Gesang in der Wildnis. Es war wie beim Untergang der Titanic. Einfach unglaublich. Innerhalb weniger Minuten starten Helikopter der Küstenwache. Sie suchen nach der Absturzstelle. Aber in der stockfinsteren Nacht können sie das Wrack nicht finden. Bob Marquez versucht, den Helikoptern in der Ferne Lichtsignale zu senden. Ich konnte sehen, wo sie waren und dass sie in die falsche Richtung flogen. Deshalb schwenkte ich meine Taschenlampe hin und her, bis sie in unsere Richtung flogen. Als wir einen Helikopter hörten, kam es uns so vor, als ob wir schon lange im Sumpf gewesen wären. Und es war ein so schönes Geräusch. Jemand wusste, dass wir da unten waren. Es ist nicht einmal eine halbe Stunde vergangen, seit das Flugzeug in die Sümpfe stürzte. Und jetzt ist die Küstenwache vor Ort. Aber der nächste Landeplatz ist 100 Meter entfernt. Marquez fährt sofort zum Helikopter, um die Rettungskräfte zur Absturzstelle zu bringen. Sein erster Passagier ist Don Schneck. Ich schaffte es auf das Sumpfboot. Er fragte mich, wo all die Rettungskräfte seien. Und ich sagte, da bin ich, los geht's. An einem Punkt in den Everglades stoppte er und sagte, weiter geht es nicht, weil ich niemanden überfahren will. Hier sind überall Menschen verstreut. Dorn Schneck beginnt mit der Suche nach Überlebenden. Ich ging auf ein großes Wrackteil zu, das ich in der Nähe sah, und bemerkte, dass es die Nase des Flugzeugs war. Er ist überrascht, dass der Flugzeugkapitän den Absturz überlebt hat. Es ging ihm schlecht. An seinen Verletzungen erkannte ich, dass seine Rippen gebrochen waren. Er stand unter Schock. Also beruhigte ich ihn und sagte ihm, dass bald Hilfe kommen würde. Er sollte nur durchhalten. Ich werde sterben. Er sagte mir das. Und ich redete auf ihn ein. Ich wollte ihm einfach Hoffnung machen. Ich fühlte mich in diesem Moment einfach so hilflos. Ich schaute in Richtung Miami zurück und fragte mich, wo zum Teufel sind die alle? Und als ich dann nochmal schaute, sah ich an die 50 Lichter auf mich zukommen. Der erste Offizier, Albert Stockstill, kam beim Absturz ums Leben. Captain Bob Loft stirbt kurz darauf an der Absturzstelle. Angelo Donadeo und Don Repo überleben und werden ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt überlebten 77 Menschen den Absturz. 99 sind dabei umgekommen. Bis zum Morgen werden alle Verletzten in Krankenhäuser nach Miami transportiert. Ron Infantino ist einer von vielen, der mit dem Tod ringt. Ein Priester war bei mir und sprach die Sterbesakramente. Da wusste ich, dass es nicht gut um mich stand. Und natürlich wollte ich zu dem Zeitpunkt wissen, was mit Lilly passiert war. Die Nacht war ein einziger Albtraum. Lilly. Where's Lilly? Der Absturz macht auf der ganzen Welt Schlagzeilen. Es ist der erste Absturz eines Jumbojets. Und in der Luftfahrtgeschichte der USA hat es bisher noch nie so viele Opfer bei einem Flugunfall gegeben. Die US-amerikanische Flugsicherheitsbehörde NTSB steht unter großem Druck. Sie muss jetzt die Geschehnisse aufklären. Es war ein großes Rätsel, weil es das Neueste, das technisch ausgereifteste, das beste Passagierflugzeug war, das scheinbar problemlos funktionierte. Also dachte das NTSB, dass eine lange Untersuchung auf vielen Ebenen notwendig sein würde. Die Absturzstelle ist der Ausgangspunkt für die Ermittlungen der NTSB. Die Wrackteile haben eine lange Spur hinterlassen. Das liegt die Vermutung nahe, dass das Flugzeug mit der Nase nach oben auf die Sumpfoberfläche geprallt ist, wie bei einer Landung. Der Sinkflug muss langsam erfolgt sein und nicht abrupt. Die NTSB-Ermittler dokumentieren die letzten Parameter der Instrumente im Cockpit. Dabei entdecken sie, dass der Autopilot das Flugzeug auf einer Höhe von 2000 Fuß halten sollte. Warum tat er das aber nicht? Sie befragen den Wartungsexperten Angelo Donnadeo. Er kann den Ermittlern jedoch nur mitteilen, dass die Crew vor dem Absturz versuchte, eine Glühbirne zu reparieren. Innerhalb weniger Tage werden die Blackboxes gefunden. Die Ermittler hoffen, dass sie dadurch einige Antworten erhalten werden. Bevor sie die Daten auswerten können, stirbt Flugingenieur Don Repo im Krankenhaus. Auch Ron Infantino erhält eine niederspatternde Nachricht. Die Leiche seiner Frau Lilly wurde gefunden, unter den Überresten einer Tragfläche. Sie war einfach ein wunderbarer Mensch. Wir waren beide 27 Jahre alt und sie war meine erste große Liebe. Noch immer verfolgen Infantino die Erinnerungen. Kurz vor dem Absturz tauschte er den Platz mit Lilly. Sie hatten während des Fluges die Plätze getauscht, als sie auf die Toilette ging. Sie wurde in den Sumpf geschleudert und ertrank. Und er überlebte. Der Sumpf stellt sich für die Überlebenden sowohl als Segen als auch als Fluch heraus. Deswegen haben die meisten Passagiere überlebt. Der Sumpf dämpfte den ganzen Aufprall ab, auch wenn das Flugzeug in viele Teile zerbrach. Das Sumpfwasser ist so matschig, dass es auch die Wunden der Überlebenden verschloss und damit viele vor dem Verbluten rettete. Aber für einige Überlebende besteht eine neue, tödliche Gefahr. Ihre Wunden wurden verunreinigt und infiziert mit einem tödlichen Organismus, der im schwarzen Matsch der Everglades lebt. Der Organismus verursacht eine Infektion, Gasbrand. Innerhalb von zwei Tagen kann diese Infektion tödlich enden. Gasbrand wird mit hyperbarer Sauerstofftherapie behandelt. In einer Sauerstoffüberdruckkammer wird eine hohe Sauerstoffkonzentration den Wunden der Infizierten zugeführt. Die Bakterien sterben ab. Acht der überlebenden Passagiere sind mit Gasbrand infiziert. Sie alle müssen sofort in Sauerstoffüberdruck kammern. Ansonsten könnte das Leben der Infizierten nur durch eine Amputation der entzündeten Körperteile gerettet werden. Ron Infantinos Arm hat sich stark entzündet. Der Arzt teilte mir die Diagnose mit Gasbrand. Er sagte, wir müssen sie sofort in einer Überdruckkammer behandeln oder den Arm amputieren. Doch das Krankenhaus hatte nur eine Überdruckkammer und dort wurde schon jemand behandelt. Falls Infantino nicht bald in einer Sauerstoffüberdruckkammer behandelt wird, wird er seinen Arm verlieren. Während die Ärzte Ron Infantinos Arm retten wollen, untersuchen NTSB-Ermittler die Überreste des Flugzeugs. Sie überprüfen die Steuerflächen, Motoren, Instrumente und das Elektronik- und Hydrauliksystem. Das Flugzeug war praktisch neu und in gutem Zustand. Ein mechanischer Fehler wurde als Absturzursache ausgeschlossen. Einige Teile des Flugzeugs sind sogar noch so gut erhalten, dass die NTSB sie an die Eastern Airlines zurückgibt, damit sie in anderen Maschinen weiter ihren Dienst verrichten können. Endlich finden die Ärzte eine freie Überdruckkammer für Ron Infantino in einem Navy-Stützpunkt in Panama City. 40 Stunden verbringt er in der Kammer. Die hohe Sauerstoffkonzentration tötet die Bakterien und rettet ihm das Leben. Meine Herren, wir müssen drei mögliche Absturzursachen untersuchen. Ein Flugzeug auf dem neuesten technischen Stand verlor 2000 Fuß an Höhe, ohne dass es die Crew bemerkte. Und die Maschine hatte keine mechanischen Defekte. Die Ermittler konzentrieren sich jetzt auf andere mögliche Gründe für das unbemerkte Absinken. Ganz oben auf der Liste steht die subtile Arbeitsunfähigkeit des Piloten. Bei der Autopsie von Captain Bob Loft wird eine grausige Entdeckung gemacht. Captain Loft hatte einen großen Tumor, der unbemerkt in seinem Gehirn wuchs. Er drückte auf das Gehirnareal, das für den Sehsinn zuständig ist. Aus der Krankenakte des Piloten geht hervor, dass zwischen seinem 50. und 52. Lebensjahr das Sehvermögen seines linken Auges zunehmend abnahm. Die Ärzte vermuten, der Kapitän wusste um sein eingeschränktes Sehvermögen. Zudem hätte der Tumor blinde Flecke verursachen können. Während des Fluges beschäftigte sich Loft die ganze Zeit mit der defekten Glühbirne. Vielleicht bemerkte er die Anzeige seines Höhenmessers einfach nicht. Die Ermittler ziehen eine erschreckende Absturzursache in Betracht. Ein unbemerktes medizinisches Leiden hat eventuell zum ersten Jumbojet-Absturz der Geschichte beigetragen. Sind wir immer noch auf 2000 Fuß Höhe? Hey, hey, was ist hier los? Die Ermittler finden über Captain Loft so viel heraus, wie sie können. Sie befragen Menschen, die ihn kannten, und durchforsten seine Krankengeschichte. Die Ermittler erfuhren, dass Captain Loft seiner Familie und seinen Freunden zufolge ein sehr gutes Sehvermögen hatte. Er war ein exzellenter Schütze. Er schoss Tauben, die ein sehr kleines Ziel darstellen. Aus Lofts Akte geht hervor, ihm wurde kurz vor dem Absturz eine Brille für das Fliegen verschrieben. Allerdings ist das kein entscheidender Hinweis, dass sein Sehvermögen gefährlich beeinträchtigt war. Er war 55 Jahre alt. Und wer wird schon 55, ohne eine Lesebrille zu haben? Dr. Joe Davis, der zuständige Pathologe, sagte mir, obwohl der Tumor auf den Teil des Gehirns drückte, der für das Sehen zuständig ist, war das Sehvermögen noch nicht beeinträchtigt. Er glaubte, das hatte nichts mit dem Unfall zu tun. Bis jetzt wissen die Ermittler nicht einmal, warum Flug 401 überhaupt von seiner Flughöhe abkam. Schalte den Autopiloten ein. Hatte womöglich der Autopilot einen Defekt, der das Flugzeug auf 2000 Fuß halten sollte? Die Flugzeugcomputer haben den Absturz unbeschadet überstanden. Sie werden ausgebaut und überprüft. Elf Tage nach dem Absturz wird der Autopilot in einer anderen TriStar montiert. Sie fliegt die gleiche Route wie Flug 401. Dieses Flugzeug hält der Autopilot auf 2000 Fuß. Aber warum tat er das nicht bei Flug 401? Doch das werden die Ermittler noch herausfinden. Bei der Untersuchung taucht eine weitere Frage auf. Warum machte der Tower in Miami die Crew nicht darauf aufmerksam, dass sie an Höhe verlor? Das erste dreidimensionale Radar der Welt war erst vor kurzem in Betrieb genommen worden. Das bedeutet, Fluglotse Charlie Johnson wusste genau Bescheid über Position, Höhe und Geschwindigkeit von Flug 401. National 607 meldet einen Notfall. Die Ermittler untersuchen die Aufnahmen von Johnsons Gesprächen in jener Nacht. Dabei fällt ihnen etwas auf. Ein anderes Flugzeug beanspruchte in der Absturznacht all seine Aufmerksamkeit. National Airlines Flug 607 sollte kurz vor Flug 401 landen. Dieser Flug hatte jedoch seine eigenen Probleme mit dem Fahrwerk. Auf Landebahn 9 werden sofort Löschfahrzeuge und Krankenwagen benötigt. Während sich Johnson um den Notfall kümmerte, teilte er Flug 401 einem anderen Fluglotsen zu. Aber gerade als Flug 607 zur Notlandung ansetzte, leitete der andere Fluglotse Johnson einen Funkspruch von Flug 401 weiter. Eastern 401 Harvey meldet sich wieder. Bugfahrwerkprobleme. Oh nein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Flug 401 schon über den Sümpfen. Doch Johnson musste sich um fünf weitere Flugzeuge kümmern. Außerdem hatte er noch mit den Folgen der Notlandung zu tun. National 607 ist ohne Zwischenfall gelandet. Zu diesem Zeitpunkt fiel ihm auf, dass Flug 401 auf 900 Fuß gesunken war. Bei der Radartechnik passiert das auch heute noch manchmal. Aber damals kam es noch öfter vor. Man verliert die Höhe des Zielobjekts vielleicht für zwei bis drei Minuten. Man bekommt eine komische Höhe angezeigt und plötzlich ist es wieder da, wo es sein soll. Aber der Lotse gab sich damit nicht zufrieden. Johnson funkte Flug 401 an. Eastern 401, ist bei Ihnen alles in Ordnung da draußen? Alles okay. Wir würden jetzt gerne umdrehen und neu anfliegen. Eastern 401, nehmen Sie Kurs nach links Richtung 1-8-0. Nach diesem kurzen Austausch nahm Johnson an, dass es keine Probleme gab. Eastern 401, ist bei Ihnen alles in Ordnung da draußen? Alles okay. Daraus schließen die Ermittler, Fluglotse Johnson war zu diesem Zeitpunkt der Einzige, der bemerkte, dass das Flugzeug an Höhe verlor. Doch warum hat er diese Information nicht der Crew mitgeteilt? Die Antwort findet sich in den gesetzlichen Vorgaben für Fluglotsen. Das war einfach nicht die Aufgabe des Fluglotsen. Zu Zeit des Absturzes gab es eine Anweisung seitens der US-amerikanischen Luftverkehrsbehörde. Die Fluglotsen sollten dafür sorgen, dass sich die Flugzeuge nicht zu nahe kamen. Es war nicht ihre Pflicht, auf die Flughöhe der Maschinen zu achten. Jetzt wollen die Ermittler herausfinden, warum das Flugzeug eigene Warnsystem die Piloten nicht vor der drohenden Gefahr warnte. Die L-1011 ist mit einem Alarm ausgestattet, der anschlägt, sobald das Flugzeug 250 Fuß von der Höhe abweicht, die die Piloten vorgegeben haben. Als die Ermittler den Stimmenrekorder abspielen, hören sie deutlich das Alarmsignal, als das Flugzeug unter 1750 Fuß sinkt. Hast du das gehört? Wie konnten sie das überhören? Die Ermittler gehen das Cockpit-Protokoll genau durch. Sie wollen nachvollziehen, warum niemand den Alarm hörte. Ist das falsche Raum drin? Es ist wie verhext. Die Ermittler stellen fest, kurz bevor das Alarmsignal losging, das die Crew vor dem Höhenverlust warnte, waren beide Piloten mit der defekten Glühbirne beschäftigt. Aus dem Protokoll geht ebenso hervor, dass der Flugingenieur sich gerade im Höllenloch befand. Doch das Alarmsignal kam aus einem Lautsprecher an seinem Platz. Jetzt verstehen die Ermittler, warum niemand den Alarm hören konnte. Die beiden Piloten kümmerten sich gerade um ein anderes Problem und der Flugingenieur war gar nicht anwesend. Der Signalton, der auf dem Stimmenrekorder deutlich zu hören ist, drang nicht in das Bewusstsein der Besatzung vor. Nicht, weil sie nicht aufpassten, sondern weil sie so sehr auf dieses eine Problem fokussiert waren. Das ist typisch menschlich. Die Ermittler sehen inzwischen in der abgelenkten Besatzung die Absturzursache. Denn mehrere Instrumente zeigten an, dass das Flugzeug an Höhe verlor. Warum waren die Piloten so abgelenkt, dass sie die Instrumente nicht beachtet haben? Das NTSB musste sich mit den Menschen beschäftigen und den Ereignissen im Cockpit. Es musste fragen, warum es niemandem auffiel, dass das Flugzeug von 2000 Fuß aus sank. Das war eine heikle Untersuchung 1972. Im Laufe der Ermittlungen werden auch andere Piloten befragt. Dabei kommt etwas Erstaunliches zutage. Die Piloten geben zu, dass sie viel zu sehr den modernen Autopiloten vertrauen. Vielleicht gaben die Piloten zu viel Verantwortung an die Technik ab. Schaltet den Autopiloten ein. Okay. Wahrscheinlich war auch die Besatzung von Flug 401 so von ihrem Autopiloten überzeugt, dass sie nicht mehr so genau ihre Instrumente überwachte, wie es erforderlich gewesen wäre. Mit angeschaltetem Autopilot konzentrierte sich niemand mehr darauf, was das Flugzeug machte. Wir müssen immer noch herausfinden, warum die Maschine abgestürzt ist. Doch die Ermittler haben das wichtigste Rätsel immer noch nicht gelöst. Warum ist das Flugzeug in den Sumpf gestürzt, wenn der Autopilot doch funktionierte? Sind wir noch auf derselben Höhe? Bitte? Im Gespräch der Piloten wird klar, dass sie nicht freiwillig gesunken sind. Sind wir immer noch auf 2000 Fuß? Hey, hey, was ist hier los? Warum ist das Flugzeug also gesunken? Auch darauf erhalten die Ermittler eine Antwort. Zwei Monate nach dem Flugzeugabsturz führt die NTSB eine öffentliche Anhörung durch. Vor der Anhörung teilt ein Pilot der Eastern Airlines, Daniel Gellert, dem Vorsitzenden der NTSB mit, dass er aussagen möchte. Er hat die TriStar L-1011 in der Vergangenheit geflogen und dabei ist ihm etwas aufgefallen. 1972 waren Piloten auf der ganzen Welt, einem Piloten gegenüber feindlich gesinkt, der seine Fluggesellschaft einfach umging und beim NTSB aussagte. Damals waren Fluggesellschaften viel verschlossener als heute. Während der Anhörung berichtet Gellert, dass er kurz zuvor während eines TriStar-Flugs versehentlich eine Karte auf den Boden des Cockpits hatte fallen lassen. Als er sich bückte, um sie aufzuheben, stieß er an seinen Steuerknüppel. Er bemerkte sofort, dass sich das auf den Autopiloten ausgewirkt hatte. Der Mechanismus des Autopiloten, der für die Höhe verantwortlich ist, hatte sich ausgeschaltet. Nachforschungen der NTSB ergeben, auch andere Piloten haben die gleiche Erfahrung gemacht. Tatsächlich hängte Eastern Airlines 17 Tage nach dem Unfall sogar ein Informationsschreiben aus und verschickte es an alle TriStar-Piloten. Die Mitteilung warnte vor versehentlichen Stößen gegen den Steuerknüppel. In den modernen Flugzeugen gibt es einen einfachen Mechanismus, einen Druckschalter. Man hat nicht immer die Zeit, um den Autopiloten vorne an der Instrumententafel auszuschalten. Deswegen drückt man einfach und der Autopilot ist aus. Der Flugdatenschreiber verrät den Ermittlern den genauen Zeitpunkt, an dem die Höhe des Flugzeugs langsam abfiel. Es war 23.37 Uhr und 8 Sekunden. Durch die Aufzeichnungen des Stimmenrekorders wissen die Ermittler, was zu diesem Zeitpunkt im Cockpit geschah. Hey, hey, geh nach unten und schau nach, ob dieses verdammte Bugfahrwerk ausgefahren ist. Captain Love drehte sich um, um mit dem Flugingenieur zu sprechen. Dabei ist er wahrscheinlich gegen seinen Steuerknüppel gestoßen. Und zwar mit so viel Kraft, dass er den Autopiloten deaktivierte und dieser die Höhe des Flugzeugs nicht mehr hielt. Ohne dass es jemand mitbekam, löste ein leichter Stoß gegen den Steuerknüppel den allmählichen Sinkflug aus. In jener Nacht leuchtete kein Mond und es war so dunkel, dass den Piloten ihr Sinkflug gar nicht auffiel. Man fand heraus, dass ein Autopilot schon durch einen leichten Stoß deaktiviert werden konnte. Vor dem Absturz war es also nicht Teil ihrer Ausbildung? Ein Ausbilder der Eastern Airlines gibt schließlich zu, vor dem Absturz in den Everglades wurde den Piloten nie gesagt, dass ein Stoß den Autopiloten deaktivieren kann. Die NTSB kommt zu einem ernüchternden Schluss. Bei der Absturzursache handelt es sich um einen Pilotenfehler. Die Crew war abgelenkt, sie deaktivierte die ausgereifte Technik und sie wurde nicht richtig ausgebildet. Eastern 401 war ein bedeutender Unfall in der Fluggeschichte. Ungefähr 10 bis 15 Jahre wussten wir nicht, dass die Konstruktion im Cockpit gefährlich war. Darauf machte uns erst dieser Unfall aufmerksam. Die Ermittler machen noch eine tragische Entdeckung. Bei der Untersuchung der Glühbirne, die anzeigen sollte, dass das Bugfahrwerk korrekt ausgefahren ist, stellt sich heraus, dass sie durchgebrannt war. Los geht's, hau sie raus. Das Fahrwerk von Flug 401 war ausgefahren. Das Flugzeug hätte landen können. Das einzige Teil, das im Flugzeug versagt hatte, war eine kleine Glühbirne. Das volle Ausmaß der Katastrophe von Flug 401 zeichnet sich erst Jahre später ab. Die Pilotenausbildung musste geändert werden. Aber davor nimmt die Geschichte von Eastern Airlines Flug 401 noch eine bizarre Wendung. Für die NTSB ist die Untersuchung von Eastern Airlines Flug 401 abgeschlossen. Es werden zahlreiche Empfehlungen abgegeben, um ähnliche Unfälle zu vermeiden. Dazu gehören neue Richtlinien für Fluglotsen. Sie sollen die Piloten jetzt warnen, wenn sie zu tief fliegen. Aber vier Jahre später wurde klar, dass man noch eine wichtigere Lehre aus Eastern Airlines Flug 401 ziehen musste. 1977 kollidierten zwei Boeing 747 auf einer Landebahn auf der kanarischen Insel Teneriffa. Es ist bis heute der schwerste, nicht durch Terroristen verursachte Flugunfall in der Geschichte. Und wir heben jetzt ab. Okay, benachrichtigen, wenn die Stadtbahn frei ist. 736, die Landebahn ist frei. Dieser Unfall wurde durch mehrere Missverständnisse verursacht. Ist die Landebahn nicht frei? Was sagst du? Ist er noch nicht weg, der Pan American? Na klar. Laut Statistik lassen sich 70 Prozent aller Unfälle auf Pilotenfehler zurückführen. Bei beiden Unfällen, Teneriffa und 401, zeigt sich, dass die Crews gute Arbeit leisten wollten. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass sie auch nur Menschen sind. Fehler passieren einfach, denn Menschen machen nun einmal Fehler. Ende der 1970er entwickelte die NASA eine Schulung für Flugzeugbesatzungen, um Pilotenfehler zu reduzieren. Die Piloten suchen nach verschiedenen Verhaltensmöglichkeiten. Sie heißt Crew Resource Management oder CRM. Crew Resource Management bedeutet, es gibt nicht einen Piloten, der das Sagen hat und alle anderen gehorchen. Der Kapitän hat zwar die Führungsrolle, aber er interagiert mit den anderen Crewmitgliedern. Noch Jahrzehnte später wird Flug 401 bei Schulungen auf der ganzen Welt als typisches Beispiel für schlechtes CRM zitiert. Das Problem ist, wir haben Bob Loft oder Starkstil nicht beigebracht, dass es die Hauptverantwortung des Kapitäns ist, das Flugzeug unter Kontrolle zu behalten, auch wenn etwas schief geht. Wir sind auf 2000. Soll ich fliegen, Bob? Auf welche Frequenz sollten wir gehen, Bert? 1,28,6. Ich rede mit ihm. Auf Flug 401 stellte Captain Loft nicht klar, wer was zu tun hatte. Stattdessen waren alle Crewmitglieder mit demselben Problem beschäftigt. Bob, könntest du an dem Licht wackeln? Das Gas muss etwas herausstehen und dann wieder zurückschnappen. Der Co-Pilot flog die Maschine und der Kapitän gab ihm noch Anweisungen. Es ist genau über diesem roten. Ja, ich komme von hier nicht ran. Und der Kapitän kam an die Lampe nicht heran. Doch der Co-Pilot wäre es. Aber er flog den Jet. Genau darin bestand das große Problem. Darauf hatten wir sie nie vorbereitet. Heute lehrt CRM den Besatzungen, dass sie sich von der Laune eines Crewmitglieds nicht einschüchtern lassen sollen. Hast du ein Taschentuch oder sowas, dass ich es besser halten kann? Irgendwas, mit dem ich es machen kann? Geh nach unten und schau nach, ob das verdammte Ding ausgefahren ist. Wenn der Verantwortliche also ein Problem hat. Okay. Du hast ihn seitlich. Und er deshalb verärgert ist und der Co-Pilot alles noch schlimmer gemacht hat, ist der Co-Pilot doch auch unzufrieden. Ich weiß nicht, warum dieses Ding so verdammt fest ist. Don Repo ist unglücklich, weil er nach unten muss und weil er nichts sehen konnte und das berichten musste. Ich sehe es nicht. Sie sind alle gereizt. Es ist nicht ausgerichtet? Ich kann es nicht sehen. Wenn eine Crew so gereizt ist, dann sollte sie zum Kapitän sagen, das hättest du nicht tun sollen. Aber das hat man erst später gelernt und davon haben dann auch andere profitiert. Die Lehre von Flug 401. Bestimmte Aufgaben müssen im Cockpit delegiert werden. Das Ergebnis sind weniger Unfälle. Es gab aber noch eine viel bizarrere Folge dieses Absturzes. Eine Zeit lang schien es so, als würde die Crew von Flug 401 andere Flüge der Eastern Airlines heimsuchen. Unmittelbar nach dem Absturz berichteten Crews und Passagiere davon, lebensechte Erscheinungen der Crew von Flug 401 gesehen zu haben. Viele dieser Geister wurden in Flugzeugen gesichtet, die mit Teilen von Flug 401 ausgestattet waren. Schnell machten die Gruselgeschichten die Runde. Diesen Geschichten widmete sich sogar ein Buch, in dem die Geister, Passagiere und Besatzungen vor einem weiteren Unglück bewahren. Offiziell wies Eastern Airlines diese Geistergeschichten als lächerlich ab. Aber innerhalb der Fluggesellschaft herrschte leichte Panik. Die Berichte über die Geister häuften sich. Schließlich ließ Eastern Airlines die ausgeschlachteten Teile von Flug 401 aus allen Maschinen entfernen. Doch die Überlebenden des Absturzes werden das Grauen nie vergessen, das sie in jener Nacht in den Everglades erlebten. Und 35 Jahre später kehren viele von ihnen in den Sumpf zurück. Sie wollen Bob Marcus endlich dafür danken, dass er so heldenhaft eingriff. Wir wollen heute Gedenken und Danke sagen. Viele überlebten, weil Robert Marcus mit seinem Sumpfboot vor Ort war. Er sah, dass sie am Ertrinken waren und rettete kurzentschlossen die, die er retten konnte. Robert Marcus ist die Art von Mensch, die wir alle gerne in so einer Situation wären. Er bewies eine besondere Courage in seinem Handeln. Er war einer der wahren Helden des Absturzes. Er hatte die Spieler? Er hat eine besondereosp nosaltres. Warum nicht in einem Tool-E Herrschünen ? Er ist eine besondere characters in deroud Idee.